Hier zwischen Mischpult und Misthaufen bin ich groß geworden. Unser Haus war immer voll mit Musikern. Ihre Musik ist der Soundtrack meiner Kindheit und Jugend. Mein Vater der Dirigent davon. Wenn du genügend tolle Sachen in deiner Plattensammlung hast, wo überall der Name Conny Plank draufsteht, dann liegt irgendwie die Vermutung nahe, der Mann muss ziemlich gut gewesen sein. Im Grunde hat Conny uns entdeckt, denn er hat uns eine Chance gegeben, als ganz junge Band, das rauszuholen, was in der Band steckte. Was er, was Cluster, Neu, Early Kraftwerk, D.A.F. later on, enabled them to kind of realize their vision and realize it as clearly and as fully as possible. Conny hat die Musiker machen lassen, wie sie es machen, und hat das dann hochgeliftet. Musik-Klinger ist absolut revolutionär. Ihr Vater hatte immer diese Visions der Sound, die wir mit uns verhielten. Die Sternenstaub. Das ist schwindig, Scheiße. Das, was er da geraspelt hat an den Rollenbein. Monotonie. Monotonie. Die teams are amazing. You know I had this thought, just the other night. Freezing breath on the window. He spoke and he thought and sounded. Musik-Klinger ist absolut-Klinger. Ich weiß nicht, hat er dir jemals was vorgelesen oder dich ins Bett gebracht oder irgendetwas Schönes mit dir unternommen. Es ist ein Traumpapa, war das nicht. Das ist ein Ruhe, wo ich versuchen kann, ob es möglich ist, Musik zu machen. Deswegen kann ich den Ruhige mit dem Ruhige struktur in die Häuser